Hallo, hier ist der Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie man Chicharon herstellt. Chicharon, was ist das? Das ist eigentlich eine frittierte Schwarte, was in Lateinamerika sehr sehr viel gegessen wird. Eigentlich an jeder Ecke kriegt man Chicharon. Und zwar nimmt man da ganz normale Schwarten, so wie sie bei jeder Schlachtung, Hausschlachtung auch anfallen. Die werden mit der Hand abgeschwartet, die werden vom Schopf. Ich werde diese Schwarten jetzt in Salzwasser kochen, dass sie schön weich sind. Da gebe ich ins Wasser eine Zwiebel dazu, dann zwei Zähnen Knoblauch, ein bisschen Salz, passt schon. Und was ich noch dazu gebe, ich gebe noch ein bisschen eine Suppenwürze dazu. Das ist, weil die Schwarten das jetzt aufsaugen. Und da kommen jetzt die Schwarten hinein. Die Schwarten, wie gesagt, werden jetzt weich gekocht. Dann nehme ich sie raus, schneide sie in Stücken. Was ganz wichtig ist, was ich nicht oft genug sagen kann, die Schwarten müssen nachher getrocknet werden. Ich gebe sie dann entweder ins Backrohr, ins Blech, bei 100 Grad vier Stunden oder mit so einem Früchtetrockner. Aber wirklich, die müssen steinhart sein. Aber das kommt nachher alles Schritt für Schritt. Geben wir sie da rein und werden wir sie schön weich kochen. So, die Schwarten haben jetzt eine gute Dreiviertelstunde, waren sie jetzt hier im heißen Wasser. Wenn Sie sich anschauen, die Schwarten müssen weich sein. Sie müssen nicht verkocht sein, sondern sie müssen schön weich sein, bissfest sein. Jetzt werde ich sie rausnehmen, abkühlen. Schmecken uns hervorragend. Nachdem die Schwarten abgekühlt sind, schneiden Sie sie jetzt in so große Stücke ungefähr. Das wird nachher, wiederum, das haben Sie noch beim Essen, ist es nur so wie die Größe von Kartoffelchips. Da schneiden wir so die Teile, so eine rechteckigen Stücke. Ich meine, es muss nicht jedes gleich roh sein, aber sie sollten auch so und so in der Form sein. Wenn Sie irgendjemand ein überschüssiges Fett sehen, dann schneiden Sie es noch weg. Die kommen jetzt nachher in im Backrohr, 100 Grad, ungefähr vier Stunden. Ich mache es nicht im Backrohr, ich mache es in so einen Früchtetrockner. Das dauert dann ungefähr den ganzen Tag. Wir sehen Sie, sie müssen noch ganz hart werden, die Schwarten. Aber das zeige ich Ihnen nicht. Noch ein bisschen auf dem Knoblauch, das hast du mal weg. Und so schneiden wir alles zusammen. Und auch abgekühlt sind, trockne sie sich jetzt mit dem Früchtetrockner. Das dauert ungefähr, wir müssen rechnen, länger wie einen Tag. Aber es hängt davon ab, wie stark Ihr Gerät ist. Nur sie müssen wirklich ganz trocken sein. Aber das dauert dann ein bisschen. Ich lege die Schwarten jetzt einfach auf. Du wirst sie im Eimer auskühlen gelassen. Das lege ich einfach so auf. Und so, jetzt haben wir alle einen Deckel drauf. Jetzt stelle ich das auf 70 Grad ein. Und lasse das mal mal 10 Stunden so laufen. Über Nacht stelle ich dann auf 30 Grad zurück. Die Schwarten wurden jetzt einen Tag lang getrocknet. Dafür habe ich zwölf Stunden bei 70 Grad. Und dann bin ich mit der Temperatur runtergegangen auf 40 Grad. Was Sie jetzt sehen, die Schwarten sind ganz hart. Schauen Sie, was hört man das? Die müssen ganz trocken sein. Wenn sie weich sind, dann haben sie das Problem, oder das ist sehr gefährlich sogar, wenn sie das heiße Fett reingeben, dann explodieren sie. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir den ganzen Wassergehalt verloren haben. Und jetzt werde ich Ihnen das zeigen. Das Fett habe ich jetzt erhitzt. Jetzt nehmen wir ein paar. Das sind nur ganz normal getrocknete Schwarten. Sonst gekocht. Und jetzt getrocknet. Sehen Sie, das muss mit dem Geräusch hören. Die müssen wirklich ganz starr trocken sein. Weil am Anfang, als ich das erste Mal gemacht habe, da habe ich sie zu feucht reingetan. Und ich schaue, da ist eine Fontäne von Öl ausgekommen worden. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Deswegen muss man wirklich achten, dass sie sehr trocken sind. Dann ist es eine Delikatesse. Weil ich war ja lange Zeit in Südamerika. Vielleicht kennt das auch einer. El Hunquito. El Hunquito ist da zwischen Colonia Tovar und Caracas. Da ist eigentlich nur eine Straße. Da haben sie 20 Meter reingeben. Und in jeder Ecke haben sie das gekriegt. Chicharon. Bis unten so ein Knabbergepäck. Wie bei uns Kartoffelschips. Jetzt brauche ich nicht ganz zu heiß sein. Da gehen wir es mal rein. Ja, das passt. Die Hitze passt. Jetzt dreht sich das auf. Nur wenn da Wasser drin ist, dann spritzt das. Das soll es natürlich nicht. Aber das ist ganz einfach. Schaut die schöne Klusbeck, die ich sie ein bisschen drin lassen. Schaut, dass man sie schön umdreht. Auch nicht zu lange, dass man sie ist. Dass man die Schwartenseite da unten hat. Schaut, was die schönsten. Die schönsten Chicharon haben wir da jetzt. Das ist wirklich keine Aufregung. Man kann sie länger drin lassen. Oder ist, wie einer haben will. Und wichtig ist, ich muss nur immer wieder wiederholen, die Schwarten müssen komplett trocken sein. Die müssen hart sein. Dann ist das überhaupt karg vor. Und passen sie auf die Kinder auf, dass sie da nicht umspülen, weil sie ist nicht ganz ungefährlich. Das heißt, Öl. Und dann geben sie die Schwarten rein. Und da ist ja eine gute Alternative, bevor man die Schwarten wegschmeißt, macht man sowas damit. Hervorragend zum Knabbergepäck. Ja, das ist die Temperatur für die Zuckrömer, wenn wir sie brauchen. Das soll ich immer schön umdrehen. Wir haben schon gesehen, wie schön die aufgenommen sind. Aufgeploppt sind. Einfach perfekt. Dann machen wir sie auch wieder. Sie können sie auf ein Küchenpapier auflegen, dass es fett weg ist. Das bleibt von jedem überlassen. Aber aufpassen, ja, trockene Schwarten. Kinder vielleicht nicht ganz viel in der Nähe haben, weil es doch heißes Fett ist. Jetzt schalte ich das aus. Da stehe ich wieder weg. Da schalte ich aus. Was ich jetzt noch mache, ich gebe noch ein bisschen Salz dazu. Das muss ich ganz einfach. Ich nehme wieder Salz. Da wiege ich nicht so ab. Das nehme ich einfach so. Und strahle das drüber. Jetzt mische ich das ein bisschen durch. Und das war's. Schauen Sie. Jetzt muss ich das reinbeißen. Hören Sie das? Wie knusprig das ist. Einfach super. Und da ist ein Schwarten, wo man sonst nichts macht, wo man sonst nichts macht und sich wegschmeißt, hat man ein vorreiches Produkt. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Der Kram. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte ich Sie, können Sie mir einen Daumen nach oben geben, abonnieren Sie mich, auch Kommentare können Sie reinschreiben natürlich, Ihr Profi Metzger Ralf